Ja, sie hat einfach sehr, weil keiner kommt klar mit diesen Doubles auf Hard Rock. Auf Doubles und dann ein 4-fach-Stream, nicht? Oder ein Double-Triple, oder? Ja, irgendwie so was. Double, Triple in einen Slider und sie hat ein paar so gimmicky Parts, wo z.B. zwei Doubles sind. Also ich hab den Map nur für Easy gespielt und ich wurde viermal hintereinander einfach in den Arsch gefickt von der Map, weil ich den mit Easy gespielt habe. Und danach hab ich den Map nicht mehr angefasst. Also das kommt mir nur entgegen, weil ich den Map nie gespielt habe. Oh mein Cronkies, ich geh so zart. LOL Okay, ich pick mich. Machst du den Gebrant fallen und G-Drill? Ja. Wir ficken den Streaming-Hard. Streaming-Hard. Ja, geil. Ja, die pick mich als Slider. Scheiße. Ja, der hat eigentlich mehr gerollt. Ah, und die. Also die picken zuerst. Schade. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Was haben sie denn gepickt? Genau, Leute. Redet mit uns. Ja, Yami-Hana-B. Ja, was ist Yami-Hana-B? Ja, sie haben LAN. Sie haben die LAN. Ja, sie haben die LAN. Ich bin nicht mit. Egal, die spiel ich einfach. Ich hab die. Okay, Scritch raus. Wir spielen Yami-Hana-B und Martin kommen ran. Kann jemand... Ja, aber Scritch kann die F10, Leute. Du vergesst das nicht. Ah, kannst du? Ja, ich kann gar nichts F10. Warte, ich muss jetzt schauen auf die Combo-Colors fassen. Leute, ich will es ehrlich sagen. Ich hab die Map nie mehr als ein Drittel gespielt. Weißt du? Keine gute. Ja, das ist so. Also, wir können Blue Flame rausfahren und dann für Scritch landen. Ich hab CD, ich hab CD. Ich seh... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Die Map kann ich... Ich hab keine Ahnung, ob ich die kann oder nicht. Die ist mega einfach. Du kannst sie. Ich hab ein R-Rank. Auf der... Du... Du musst einfach aufpassen, dass du dich antippst. Das ist das einzige Schwierige. Es gibt einen Vorstand, der darf man nicht so oft. Ich hab ein R-Rank vor 11 Monaten mit 94% Aggressy und 3 Misses. Aber hey, ich hab ne 800er Combo. Du darfst aber nicht anschlafen auf der Map. Aber nicht anschlafen. Was ist auf der... Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich wirklich nicht an der... Erinnern. Es sind denn 6. Noten? Sind denn 6. Noten? So waren 6. Streams? Nein! Nur aus... Ja! Es ist nur R-Rank. Also, es gibt 170er, aber sonst nicht. Du musst doch in den Chat schreiben, dass du sie sidereadest, damit du sie, wenn du sie aufziehst, halb kriegst. Ja, aber ich hab ein A drauf vor 11 Monaten. Das ist kein Sideread. Ja, das wissen ja die anderen nicht. Du kriegst mich für 4er Streams dabei. Okay, let's go. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Ja, so was ihr Pick. Du weißt. So was ihr? Also kann man Below... Jetzt mal wieder auto PlayStation. Die Mehr Erinnerung is nur noch Place. Die Mehrere Johnnisse Wacht, Pop und Batman ho равно BskaP. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die wir vorgespielt haben. Ja, halt. Wir können... Dann sind sie sehr schlecht gespielt. Okay, ja. Ben Favre. Wer... Ich spiel einfach Hardrock. Ich werde dann auch Hardrock picken. Ich meine, Schauer. Keine Ahnung, ob ich es schaffe. Ja, okay. Dann einfach Ben Favre. Ich weiß nicht, was wir sonst picken könnten. E-Moment, da kann ich die können. Das ist ziemlich gut. Na gut, Leute. Das heißt, ich bin wohl draußen. Wer kommt raus? Rein startieren? Ah, wer will sagen. Okay, gut. Falsches Team, bro. Falsches Team, bro. Er wollte halt auf den Gewinnerseiten sehen. Ohohoho. Wow. Wow. Oh, ein Skridsch wird gebencht. Also ist er schon. Ist er schon. Ist er schon. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich spüre mich wahrscheinlich gerade Schere, Stein, Papier. Wer sich opfert. Er soll ja mit Hardrock picken, aber der kann nicht. Sick, mate. Er will Hardrock picken, aber er kann aber nicht. Warum gibt er mir ein Replay? Das Replay ist ganz schön hilfreich. Jetzt kommt Alu aus Schweden und mein, der spielt das. Also, don't worry, I got this. Hold my beer. Ich spüre das mit dem Hardrock Flashlight. Es ist das. Hold my beer. Aber Pranko macht eh keinen großen Unterschied. Good luck. Okay, let's go. Okay, let's go. Good luck, Leute. Wow. Oh. Oh, shit, dude. Oh, shit, dude. Oh, shit, dude. Oh, shit, dude. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, dude. Oh, shit, dude. Oh, shit, dude. Oh, shit. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Ich hab' keinen Bock auf die Scheisse, Leute. Love, you play Waves. Da kommt ran. Was spielen wir? Meca Roosa. Ah. Was ist das? Meca Roosa. Oder wer will Meca Roosa spielen, Scritch? Screech, wie hast du gestern Meca Roosa gespielt? Schlecht Ja du hast doch gesagt Achso warte schlechtes Fizgal Ok Ok passt dann Ich hab 5 Leute was? Bernd du schaffst das Alter ich kann das ja drüber FZE Alter Ah shit Komm hoch komm hoch Los 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 Der Spinner Spinner ist wieder da Alter du bist nur drin damit du spinnen kannst Leute Ja fix Ich misse einfach alles und spin dann Das war einfach Dieses Mal werde ich nicht den gleichen Fehler wie letztes Mal haben Wo ich den Zipu Lag am Anfang habe Get high Get high Jawohl Yes boys Das My God Ok Ich hab dich Ich hab dich Das ist ein Ich hab dich Ich hab dich Es war Oh Ich hab dich Da 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 da.... Jaaha. Da 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 da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020